Ich hab'n Fixer am Hals. Um den kümmere ich mich sofort. Hey, äh, hast du etwas Kleingeld? Hey du, warum ist es auf der Alm so schön? Wegen den Alm-Mosen. Ja, verstehst du? Raus da! Zurück zu Power Profiles. Der Schussmann lasst den Kuhn beheert uns heute im Studio. Mr. Quinn, ich fasse zusammen. Waren ein Mitglied als Jugendsicher? Gerüchte über den Chicago South Club. Ja, Chicago war eine rauer, turbulente Stadt, hat sich jung war. Es ist so, wie es ist. Es kann einen durchsetzungsstarken Jungen aufhalten. Aber die Gerüchte über den Chicago South Club dauern bis heute an. Können Sie sich mich in einem Club vorstellen? Nobel oder anders? Aber unsere Zuschauer interessiert das. Haben Sie noch Kontakte zum organisierten Verbrechen? Nein. Mit diesem Leben habe ich abgeschossen. Gott, ich bin Geschäftsmacher. Ich habe vieles gelernt. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Letztes Jahr haben Sie eine Herzophilie. Und hatten wieder Glück. Allerdings. Ich will leben. Und mit diesem Schrittmacher kann ich weitermachen, so nachher ich bin. Bewollen Sie was? Ich genieße, was ich erreicht habe. Keine Reue. Nein. Das hat keinen Sinn. Bloody Quinn. Ein einzigartiger Patriarch unserer Stadt. Danke, Mr. Quinn. Okay. Ja. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.